Sepp Knüssel steigt mit dem Modell SKH 60 in die Produktion von Zweiachs Mähren ein. Ein Novum in dieser Fahrzeugkategorie ist die Kabine mit Hangausgleich. Ausgestattet ist die Maschine mit einem 75 PS starken, rückwärts eingebauten Vierzylindermotor von Deutz mit 2,9 Litern Hubraum. Die Abgasstufe 5 wird ohne SCR-Katalysator erfüllt. Für eine gute Zugänglichkeit lassen sich Heck- und Motorhaube einfach öffnen. Ein grosser Luftfilter mit Vorabscheider sorgt für die nötige Kühlung. Für die Reinigung ist serienmässig ein Umkehrlüfter eingebaut. Verbaut wird weiter ein komplett neu entwickeltes, stufenloses Hydrostatgetriebe mit Weitwinkeltechnik bis 32 Grad. Das kompakt gebaute Getriebe ist speziell für die Anforderungen des neuen Fahrzeugs abgestimmt. Möglich sind mit dem Getriebe zwei stufenlose Fahrbereiche von 0 bis 18 sowie von 0 bis 40 kmh. Eine verstellbare Load-Sensing-Ölpumpe fördert Öl bis zu 60 Litern pro Minute bei 200 Bar. Zudem gibt es eine Vierrad-Zweikreis-Servo-Bremsanlage mit im Ölbad laufenden Scheibenbremsen und eine Federspeicherbremse, die auf alle vier Räder wirkt. Die Steuerventile sind proportional über Canbus ansteuerbar. Die Umschaltung der Front- und Hecksteuerventile erfolgt manuell oder auf Wunsch auch elektrisch. Front- und Heckzapfwelle sind lastschaltbar und bieten die Drehzahlen 540 und 1000. Die Hubkraft beträgt sowohl Front- als auch Heckseitig 2000 kg. Die Fronthydraulik hat zudem einen hydraulischen Seitenschub von je 19 cm links und rechts. Sowohl hinten wie vorne sind die Anbaugeräte achsgeführt. Das Chassis verfügt über ein Drehgelenk. Es ist bei diesem Fahrzeug bis 15 Grad verdrehbar. Gefahren werden kann mit den Lenkungsarten Vorder- und Hinterrad, Allrad und Hundegang. Auch eine patentierte, verzögerte Lenkung ist möglich, wobei ab einem Lenkeinschlag der Vorderachse von 10 Grad automatisch die Lenkfunktion der Hinterachse startet, bis beide Einschläge identisch sind. Die Kabine ist vollständig vom Fahrwerk entkoppelt und auf Hydrolagern montiert. Sensoren messen die aktuelle Hangneigung. Das zu- und abschaltbare System gleicht über Hydraulikzylinder die Lage der Kabine automatisch bis zu einer Neigung von 30 % aus. Vorteil dieses Nivelliersystems ist, dass der Fahrer auch in unebenem Gelände stets mit geradem Rücken in der Kabine sitzt. Die Wirbelsäule wird dafür dankbar sein. Hydraulik-Joystick, Fahrhebel und Drehknopf sowie deren Funktionen kennt man von den Rigidrack-Traktoren. Weiter gibt es eine Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Kurvenlichter, die vorne auf den Kotflügeln respektive der Vorderachse montiert sind und somit bei Kurven automatisch mitlenken. Der SKH 60 weist ein zulässiges Gesamtgewicht von 5000 kg auf. Mit der Standardbereifung wiegt das Fahrzeug 3290 kg. Die Anhängelast beträgt 3500 kg. Den inneren Wendekreis gibt Knüssel mit 3200 mm an. Beim Einsatz für die Schweizer Lammtechnik hat sich der SKH 60 mit Mähwerk-Tornado bewährt. Die aufrechte Körperhaltung machte das Schichtlinienfahren angenehm. Das vielleicht fehlende Gefühl der tatsächlichen Hangneigung lässt sich mit Blick auf das Frontgerät korrigieren. Zudem liegt der Schwerpunkt tief, was bei starker Neigung zuerst zu einem Abrutschen führen dürfte. Der SKH 60 wird in dieser Saison weiter ausführlich getestet. Zudem wird die Software optimiert, bevor die Maschine dann im nächsten Jahr in die Serienfertigung gehen kann. Zuvor wird das Fahrzeug aber an diesen Feldabenden noch vorgestellt.